und hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem kanal erklärungsnot soll ihr doch mal zeit für ein paar schöne corekeeper news ja meine wenigkeit klung doch wieder am start und natürlich auch euer erklärungsnot corekeeper experte der harladin mit dabei ich bin aber geflasht wenn du sowas aus da hallo und herzlich willkommen zu corekeeper endlich wieder nur zeit nur noch immer noch immer noch zeit zeit ja aber echt ja hoffen mal die letzte roleplay folge hat euch gut gefallen wollen wir was anderes wollen wir ein bisschen länger schreibt man da auf jeden fall mal rein oder auch hier drunter dann ob ihr eher so längere folgen haben wollt oder wirklich short clips also noch noch viel kürzer wird uns mal interessieren aber jetzt für die news die es gibt und die sind hier steht schon hier neuigkeiten die waren am 22 september wir haben das erst jetzt die tage gesehen und wollten euch jetzt dahingehend erstmal informieren um was es überhaupt geht corekeeper cross terraria krasse verbundenheit ne terraria wie viele berührungspunkte hast du mit terraria leider null nur vom hören sagen ich habe leider echt nie gespielt brauche ich aber ich glaube aber das hätte dir sehr gut gefallen der war ja ja wurde damals immer so als minecraft gegenwärter gesehen aber halt nicht im 3d sondern im 2d bereich sich boss gegner sich artikel sich items zu bauen zu machen zu tun da habt ihr eine ewigkeit zu tun und corekeeper passt da ja voll ran deswegen das crossover definitiv eine gute sache und um was geht es denn eigentlich lesen sie einfach mal mit euch durch leute wir geben mit freund bekannt dass wir mit realogic also die leute von herr für ein spannendes crossover zusammenschließen sowohl corekeeper als auch terraria sind sandbox spiele schwerpunkt auf erkundung und abenteuer ja und wir können gemeinsam feiern und hier steht schon groß bereitet den weg für den schleimkönig in corekeeper und das ist durch mega geil ne also alte alle nachschmuss und crossover und dann noch so special gegner wer kann da was dagegen haben das ist ja einfach nur das beste was passieren kann wenn im spiel der content ständig kommt und immer wieder neue content und so abgefahrenes zeugnet da sind wir natürlich voll dabei definitiv ja das ding ist natürlich heute ist der 26 september wo es wir aufnehmen und hier steht schon wir können enthüllen dass am 26 september die kreator beschworen werden kann ein heftiger damage dealer aus terraria schleimkönig ist bekannt auch aus terraria also wo ein boss ja was soll man dazu sagen er taucht nicht einfach so auf er ist ein bisschen wie omo rot wird hier geschildert wie rufen wir ihnen herbei das müsst ihr herausfinden aber das können wir euch dann gleich jetzt sorgen denn es gibt noch eine neue news die euch genau sagt wie geht das äh es wurde noch gesagt dass eine herausforderung für den schleimkönig ist ne ähm hat natürlich wieder verschiedene beute ganz klaren halle sein wichtiges wichtigstes gut trofäen 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 also der figuren 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 dazu den predator style der reißt halt gern den leuten ein bisschen was aus dem rücken damit er es zu hause aufhängen kann deswegen ist das halt wichtig gibt mir eure seele und natürlich was in terraria kommt weil wenn was von terraria zu corekeeper kommt muss natürlich auch was von corekeeper zu terraria kommen und dort könnt ihr jetzt grottlinge ziehen und grottlinge sind halt diese kleinen kollegen die entweder mit der flinte oder die mit dem die cape typen aus dem höhlengebiet also da ähm könnt ihr jetzt grottlinge äh ja als gesellschaft bekommen müssen durch mega geiles ne also sowas macht natürlich immer spaß begleiter macht mega laune da kann natürlich keiner was dagegen haben ähm ja hier steht noch so ein bisschen inhaltsupdate ne sie arbeiten noch am wüstenbiom und äh viel spaß halt mit dem schleimkönig ja werden wir haben und wir gucken natürlich mal hier rein ist crossover von corekeeper die patch notes denn die verraten uns nämlich einiges ja zum einen neue npc ist schon mal der schleimkönig boss ähm das war ja zu erwarten aber das hier ist natürlich das was euch sorgt was er bekommt und hin und her kronenbeschwörungsstein also da wissen wir schon mal wie heißt das item was wir brauchen hat eine niedrige erscheinungsrate erscheint für schleimkleckse also schleimkleckse sind einfach diese schleimgegner ne also egal welche farbe und kann benutzt werden um den schleimkönig bei der großschleim beschwörungsruhne zu beschwören und die großschleim beschwörungsruhen sind sicherlich einfach die wo er auch die ganz normalen bossgegner ruft ne also die verschiedenen schleime die es halt gibt und das jetzt auch da bitte bitte da kann er zu jedem gehen also ihr könnt entweder eve den normalen schleimkönig oder den blauen schleimkönig ihr könnt es bei allen dreien beschwören also ihr müsst nicht zu einem speziellen gehen das ist schon mal cool so ist es und das ist natürlich wieder von harlet das wichtigste ne das ist das was rauskommt natürlich ne eine schleimkönig ohne also ein neuer hut königlicher glibber das könnte interessant sein man weiß ja nicht ähm königlicher glibber wenn ja königlicher glibber wäre könnte man den ja auch anbauen und dadurch wieder schleime bekommen was kommt dann da kommt dann jeglicher schleim ach was ist jetzt wieder los ne jetzt hab ich keine Zeit ja es ist heute ein ganz schrecklicher Tag ganz schrecklicher Tag äh königlicher glibber das würde mich interessieren weil da kann natürlich sein was ich bin nicht halt gespannt was da dann kommt ne also ähm was erscheint dann ne wenn du die die Gegner dort sporen lässt ist das Boden ja klar das ist der Boden königlicher glibber ist dieser Boden wahrscheinlich oder halt die normale schleimmasse ebenso ein Beden aber aber selbst wenn bin ich trotzdem gespannt was man damit machen kann ja auf jeden Fall schleimkönig kann man ja nicht anfangen genau ne aber zumindest auf den Boden legen und halt dann schleime sporen lassen ne schleimkönigfigur das wie gesagt wahrscheinlich für einen guten Harladin äh das ruht mein Ziel Leute das kann ich ja jetzt schon sagen ich weiß wie viel sich Dinger sammeln die Krux ohne dass ich die Figur kriege so und natürlich eine schleimkönigkiste auch das ist natürlich sehr schön das könnte vielleicht auch da so eine Anlehnung an Terraria sein das müssen wir natürlich dann mal im Test sehen ob die so eine Kiste ist mal sehen genau gucken wir mal das auf jeden Fall sagt uns die Patch Notes was gibt es denn eigentlich und dann gab es natürlich diese News jetzt am Montag dem 26. September Update jetzt verfügbar natürlich auch Gratis ne also das möchte ich hier auch mal sagen Gratis Update also nicht dass jetzt Leute denken Mensch der erlaubert die ganze Zeit was kostet es denn nun eigentlich ne es ist Gratis leider und was sehen wir hier ne wie finde ich den Beschwörungsstein wie finde ich den Beschwörungsstein das ist ja wahrscheinlich das was die meisten interessiert und da bin ich jetzt wieder bin ich den jetzt drauf gegangen zurück gute Frage ein seltener Gegenstand den ihr nur finden könnt wenn ihr ihr habt es verraten Schleime besiegt ne und könnt ihr überall in Co-Keeper also alle Schleime egal welche Farbe in der ganzen Korte und hier steht halt es gibt einen Hinweis in unseren Patch Notes ne also deswegen habe ich das euch unten nochmal gezeigt was da denn so drin steht sind schon ganz gespannt drauf Schleimkömisch beschwören wer ihn denn besiegen und seine Beute finden kann die Chance so einen Beschwörungsstein zu bekommen ist ungefähr es ist genauso hoch die Chance wie die Schleimtrophäe fallen zu lassen habe ich lange gebraucht Leute so wenn ihr Beschwörungsschein nicht gleich findet das Crossover von Co-Keeper und Terraria gehört es jetzt dauerhaft zum Spiel auch das wichtig auch für dich vielleicht du musst jetzt nicht stundenlang grinden wir können immer wieder diese Terraria Krone holen natürlich ist es natürlich nicht schlecht Leute wenn ihr euch ein paar auf Reserve legt wollen ein paar Kämpfer machen können vielleicht auch ein Special Video oder sowas das wird es bei uns auch geben da wird sich der gute Harle drum kümmern ich kann leider nicht mitmachen weil ich halt auf Arbeit muss aber zumindest wollte ich die News jetzt nochmal mit euch durchknüppeln dass ihr schon mal vorinformiert seid und der Harle zeigt euch es dann im Bewegbild ja hier sagen sie nochmal es war das Vergnügen mit den Kollegen von Terraria zusammenzuarbeiten und hier sehen wir auch wir möchten daran erinnern dass dieses Crossover zu einem großen oder größeren Update von Terraria gehört auch da bin ich gespannt noch mehr vielleicht genau da könnte ja noch ein bisschen was kommen und Terraria hat ja auch unfassbar viele Bosse also wirklich das ist ja Wahnsinn 20 Bosse bestimmt wenn es reicht weil heute heutzutage es gab ja zig Bosse über die Jahre die dazugekommen sind und natürlich steht auch hier noch ein kleiner Leak oder Leak aber das war ja schon bekannt das gruselige saisonale Event Halloween Event das natürlich freuen wir uns auch schon das wurde war ja schon bekannt dass da was kommt und das freuen wir uns natürlich auch drauf oder Harle auf jeden Fall ich freue mich auch so drauf und ich gebe euch noch einen kleinen Tipp also ich kann jetzt ja enthüllen dass bei mir kurz ein Rubschrauber kommt die haben mich die wollen mich abholen jetzt das ist so schweine laut hier weil ich das schon gefunden habe ich habe schon zwei Kronen geformt und habe das bei diesem Orangenschleim gemacht also ihr könnt einfach diesen Kreis ablaufen wo eben der Wurm lang läuft da habt ihr mehr als genug Schleim und da kriegt ihr sehr wahrscheinlich die Figur wenn ich wenn ich einen kleinen Tipp geben würde ich euch empfehlen auch gerade vielleicht für Leute die neu angefangen haben und ihr habt die Möglichkeit dazu geht oben der Atzi aus Wildernis und versucht so viele wie möglich Leila Leila Lila Schleims zu finden auf dem Haufen und die platz zu machen weil ihr dadurch auch noch euch ein paar Schleime formt für große Heildränke das macht ja Sinn wenn ihr beides mit einem kombiniert weil die Werder brauchen bei dem Boss das mache ich dann auch gleich noch aber wir haben da schon mal ein bisschen vorgeformt Gott sei Dank außer natürlich ihr fangt neu an dann kommt ihr sowieso nicht zum Lila Schleim ne wenn ihr ganz neu anfangt nicht aber wenn ihr jetzt schon ein bisschen spielt dann habt ihr es erkundet und seid vielleicht auch in der Nähe würde ich euch das empfehlen anstatt zurückzurennen weil mit den Lila Schleims könnt ihr nur kleine Heildränke machen äh mit den Orangen und mit den Lilan könnt ihr Gruße machen das macht halt ein bisschen mehr Sinn na das auf jeden Fall tja meine lieben Freunde das jetzt erstmal zu diesem Grotes Update heute am 26.9 wie gesagt wir knallen jetzt dieses Video gleich noch hoch knallen es auch gleich noch raus und äh dieses Bewegtbild klingt irgendwie komisch ne äh das Video dazu also in Videoform über den Boss ähm vielleicht ein paar Informationen äh das Item zeigen wie sieht es aus und solche Sachen da wird euch da dann der gute Harladin begrüßen und euch durch die Welt von Korki Box Terraria führen tja ansonsten soll es das von uns gewesen sein für diese News wir hoffen wir konnten euch ein bisschen auf dem Laufenden halten wenn ja würde es uns freuen wenn wir dafür ein kleines Däumchen nach oben bekommen vielleicht einen Kommentar was haltet ihr überhaupt von diesem Crossover ist es etwas was ihr euch wünscht habt ihr vielleicht auch andere Ideen das möchte natürlich auch sein also wie sehe ich Crossover Minecraft oder Crossover keine Ahnung schreibt rein was euch da einfällt Model Combat ähm vielleicht kommt ja ein paar lustige Sachen zusammen und äh ja wir freuen uns auf das Korki War Update jetzt Terraria und natürlich auch dann auf Halloween bis dahin bleibt uns gewogen ciao so sieht es aus lassen wir ein paar Schleimkronen da bis zum nächsten Mal tschö bittö